Ich bin der Stefan, ich mache das erste Lehrjahr beim Schwarzmaar als Landmaschinentechniker und was wir lernen sind Getriebeausbau, Service machen und alles um die Landtechnik und was mir besonders taugt ist auf die Landmaschinen umeinander schrauben und auf die Traktoren. Also ich bin der Daniel, ich arbeite beim Schwarzmaar als Landmaschinenmechaniker. Ich habe für den Schwarzmaar entschieden, weil dort einfach top motivierte Mitarbeiter sind und es ist auch der Umgang mit den Kollegen, aber es ist auch richtig gerade mit den Kollegen.